Hallo ihr Lieben, es gibt gute Neuigkeiten. Ich war schon wieder fleißig. Rosa ist es geworden. Mein viertes Buch ist erschienen aus der Reihe Omas Küche. Und was soll ich euch sagen, in diesem Buch findet ihr Omas schnelle Rezepte. Wenn es mal wirklich schnell gehen musste, denn Oma hatte auch nicht immer Zeit, alle Rezepte in diesem Buch. Am 21. März werdet ihr es in allen Buchhandlungen und im Internet finden. Omas beste Rezepte, wenn es mal schnell gehen darf. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, wünscht euch viel Spaß später mit meinen Büchern und ganz viel Erfolg beim Kochen. Tschüss, euer Kalle. Liebe Grüße auch von Carmen.